Das erste Mal überhaupt bei einer Handball-EM dabei und jetzt sehen wir ein tolles Tor von Isi Döller. Ja, auf die, glaube ich, hast du die Vorbereitung mitbekommen auf das Spiel? Ich glaube, auf die Isi müssen wir rechts auch, ja, Döller, die wird, die, das ist nicht ihr letztes Tor in diesem Spiel. Ja, das ist die Isi Döller, dritte Treffer, aber starkes Anspielen und starke Parade. Ausgleich. Man kommt frei durch zum Wurf, leider kann sie nicht treffen, aber dafür Isi Döller mit ihrem nächsten Treffer, mit dem vierten, Süchtig fährt jetzt vermutlich aus dem Rückraum, nein, Döller, ein, ja, Döller ist, Döller ist nicht zu unterschätzen, fünfter Treffer, so. Döller, Döller findet in dieser zweiten Halbzeit, findet einfach immer den Weg zum Tor.